so was geht ab leute geh mal noch mal online dachte ich mir ist jetzt so nahe tradition geworden dass wir die events immer live gehen so sind wir überhaupt live weil noch sehe ich gar keinen doch wir sind live was geht ab leandro muss nur mal eben die musik starten was geht ab leute so best no copyright music das klingt doch gut ich bin online ich habe mich nicht gesehen ich habe mich nicht gesehen Schauen wir mal Hat heute einen scheiß Belohnungs-Bug? Lass doch mal was sein So, chill mal noch ein bisschen warten hier Das wird hier repression Habe ich hier alles richtig eingestellt? Ja Schauen wir mal Guckt's dem Ball, ja? 10 Minuten startet, wir machen hier nicht lange Nur so den Übergang, bis das Event live geht Und dann ein paar Minuten Von Lona, Glückwunschmann Auch wenn Lona irgendwie nicht so toll ist Heute, heute Morgen so Zapdos bekommen Und wir kommen in Lava, das Dann habe ich erst gemerkt Mit 22 Uhr Ja erst Erst in 10 Minuten Könntest du Zapdos wollen Oh, roter Bereich, was da los? Okay, wieder green Dort ist bei der Quest alles fertig, aber du konntest nicht draufklicken Okay Chio 005, was geht Dortmund? Heute Morgen hast du vom GoFest 2.9 in Dortmund gehört? Ne? Erzähl mal was von dem Leak Also ich habe von dem Allerallerersten gemunkelt gehört, aber Wenn es einen neuen Leak gibt, dann habe ich nicht davon gehört Boss, was geht ab, Mann? Ich habe immer noch keinen Tippin, ne habe ich nicht angerichtet, noch nicht Ich bin ein Kyokidov Sushi, wieso sollte ich? Heelis, Heelis Potter, was geht ab, Mann? Alles fit bei mir Eigentlich auch, können wir zünden Eigentlich auch, glaube ich Sind wir unten? Fürs Event Erkan, was geht ab, Mann? Ne, gibt keinen neuen, ist der von dem du damals gehört hast Wieso fragst du mich dann, ob ich davon gehört habe? War Hollowshiny? Oida Ja, Mann, das sollte ich vielleicht in den Titel schreiben Danke dir, Mann So, kommt Shiny Mach Hollow Fragezeichen, Ausrufezeichen Event startet gleich aus So, perfekt Das ist ein guter Titel Shiny Mach Hollow Ich denke auch, Shiny Mach Hollow Ziemlich wahrscheinlich Boah Excellent auf Topsy Mit Gelber Berge Im Livestream Bam Puh Hashtag excellent So, meine Pokémon zeigen Zeig dir jedes Mal, aber wenn ihr wollt Wo ist Marco Zillig da als Spoofer? Oh mein Gott, ist das ein Spoofer? Ich sage, Shiny Medity Nee, niemals Auf jeden Fall Mach Hollow Ich denke auf jeden Fall Mach Hollow Vielleicht Mach Hollow Nee, nee, nee Mach Hollow So, mal die blaue Arena bei mir zeigen Kann ich gerne machen Jelly Bean Jelly Bean Okay, nee Ich habe dich gerade verwechselt Aber was geht ab, Jelly Bean Kenne ich dich noch? Erkan Nicht wirklich, aber Willkommen Was geht ab Nichts besonders Die typischen blauen hier Bei mir Wollte die Arena machen, aber Dann hatte ich mein Gold schon bekommen Für heute Da dachte ich mir, egal Sollen die leiden, sollen die ihre Mützen nicht bekommen Denkst du, dass Galquaza oder Kyoga nochmal kommen? Klar, auf jeden Fall Wir sehen es ja Lavalos ist wiedergekommen Lugia ist wiedergekommen Zaptos kommt jetzt Ab 20 Uhr Also nächste Feldforschung Zaptos wieder da Kyoga ist übrigens schon mal wiedergekommen Es war ja Godon, dann Kyoga Dann Galquaza Dann Godon, Kyoga und Galquaza Maholos C-Day Ja Ich glaube die haben genug für C-Day erstmal Kampf Event Ja, was soll sonst kommen für Kampf Pokémon? Es gibt nicht so viele Shiny Kiggly, Nocchan Kapoyaka Und Robots Vielleicht Ist auch eine Möglichkeit Ansonsten Mankey Maguita Medity So viele Kampf Pokémon gibt es halt nicht Also mein Geld ist auf Maholo auf jeden Fall Grüße aus Wien Grüße zurück Wien, meine alte Heimat Warum zeigst du deine Arenen? Jetzt wissen doch die in München, wo du wohnst Das heißt jeder, wo ich wohne Wien juckt's Ich bin nicht so fan, dass ich verstecken muss, wo ich wohne Also Ich hab jetzt keine Angst, dass da Tausend Fans vor meiner Tür Irgendwann Ist die Welt ganz stark? Ne, leider nicht so Kannst du mal deine Maholo-Centies zeigen? Kann ich machen Ich hatte sogar mal mehr Aber ich hab letztens Paar für EP entwickelt Ich hatte um die 2000 Und dann kam Come to Event Wie bei Maholo Dann hab ich die entwickelt Ich hab jetzt noch genug oben 1, 2 auf Max zu pushen Mehr brauch ich eigentlich nicht Ich muss schon seit 2 Wochen ein Ditto fangen für die Pest Tut mir leid, Mann Aber jetzt mit dem Event war es eh schwer, Ditto zu fangen Durch mich hast du wieder mit Pokémon GO angefangen Freut mich, Mann Willkommen zurück Level 29, Glückwunsch Auf geht's, Level 30, Mann Du musst mal einen trinken, Alter Dann wird es zu weit weg Moment Dann startet das Event Genau In 4 Minuten startet das Event Ab 5, 98er Mach mal auf Max gepusht Nice Dann kommt demnächst endlich 100 Ich würd's dir gönnen, Mann Dann wär perfekt Guter Abschluss für dein 6er Team 100er noch Würde ich dir echt gönnen Danke dir, Muggins Krass an Lewis Ich grüß dich, Mann Oida, Raupi Den brauch ich Ich brauch noch Bomben, um den auf Max zu pushen Perfekt Perfekt Jetzt so direkt scheinen die 100er Das wär krass Gibt es neue Boxen? Man weiß es nicht Wir werden's sehen Aber es gab Vor kurzem erst Ziemlich gute Boxen Ich weiß nicht, ob da endlich direkt noch welche rauskommen 100er Kaputops pushen Klar Also für mich auf jeden Fall Für alle anderen Nicht unbedingt War manchmal ein Top-Typen-Pokémon-Listen weiter Ich glaub, Ende dieser Woche Da haben schon sehr, sehr viele Leute gefragt Die brauchen halt echt eine Menge Zeit Marcel Horn, danke für dein Abo Deswegen kam bisher keine neue Keine Zeit gehabt, aber Wird auf jeden Fall Zeit für eine neue 100er Aquana gefangen, Glückwunsch Morgen Prüfung, natürlich Es ist immer Prüfung Wenn ich streame Gibt es Doppelcandy, wenn ja für alle Nein, es gibt kein Doppelcandy Wie viel Geld habe ich in Pokémon GO schon reingesteckt? 330 Ich habe dreimal die große Aufladung gemacht Muss man ein Update machen oder ist es direkt drauf? Das ist direkt drauf In zwei Minuten Makuhita kommt sicher Shiny Nee, ich glaub nicht Wie viel nicht? Brandon1091? Krass Shiny Maki aus dem 1 mit 98 Glückwunsch Evelyn, ich grüß dich Was geht ab? Gibt es Shiny Macholo? Man munkelt Ich würde sagen Auf jeden Fall Hat er es direkt geschafft Aber nicht geschafft zu fangen Sad life Das tut mir leid man 100er Everly Wenig pushen oder nicht? Jetzt schon Jetzt wo die Maps tot sind Ist jeder 100er So viel mehr wert 100er Pinziers festbekommen pushen? Na klar Wie viel EP zeigt deine Medaillen? 84 Millionen Und meine Medaillen sind immer gleich Jo, letzte Minute bis Event Das lebt schon mal nicht mehr Event kommt gleich Daishinkan oder Jigang? Daishinkan Ich glaub dir wird Jigang So zerstören Okay 100er Sekunden pushen oder nicht? Jeden legendären Jeden legendären 100er 22 Uhr Event müsste laufen Ich seh zwei Makuita und ein Medi-Team Machu-Mai sieht anders aus? Dann ist der Shiny Das war's oder wie? Gibt's Boxen? Es gibt keine Boxen oder wie? Oh doch, Boxen Es gibt Boxen, Leute Yo Schauen wir uns die Boxen an Auf geht's Special Box Zwei Glückserier Raidpässe Staub Was will man mehr? Ist Solide Man macht Plus Für 84 Sechs Raidpässe Mittlere Neun Raidpässe Sechs Sternstücke Trank Unglückseier Okay Jetzt, die Große Schauen wir mal die Große an 14,80 15 Raidpässe 50 Sternstücke 15 Glücksseier 4 Superinkubatoren 4 Superinkubatoren Du kriegst also die Inkubatoren umsonst Gefällt mir nicht so Ne Allgemeinung Wie findet ihr die Boxen? Sind Das Schlechteste nicht Man kriegt 4 Inkubatoren umsonst 15 Glückserier 15 Sternstücke Aber Aber naja Weiß nicht so genau Weiß nicht Muss ich nochmal auf mich wirken lassen Neue Boxen Ja Ich weiß nicht Ich muss nochmal schauen 15 Raidpässe Wenn die Zahlen rauskommen Und man sieht wie viel man spart Dann schauen wir mal Aber Auf den ersten Eindruck Solide aber Kein Vergleich zu der Box davor Die erste gefällt mir auch irgendwie am besten Wie sieht es jetzt mit Zapdos aus? Zapdos Donnerstag am Start Pumping Werner Was geht ab man? Schön dass du vorbeischaust Check Pumping Werner ab Da hat Shiny Midi-TV gefangen Glaube ich dir nicht mal Oida Menki Gefällt immer noch 100er Menki Gäbe es die Map Camp Event Hätte ich den bekommen Jetzt Kampf Event Hätte ich den bekommen Aber Tote Hose Jetzt hat noch einer Shiny Midi-TV Ich check mal die Gruppen ab Die wissen schon was abgeht Was Shiny da ist Was nicht Noch Gar nichts Super Insta nach Shinies Ist diese Arena bei dir in der grünen Fächer Eine M2 Arena Ja Das ist eine Accelerated Arena Da habe ich übrigens am Dienstag eine Und kann nicht hin Und das ist eine Accelerated Arena Da hatte ich schon einen Und hab den gefangen Das war am Seed Day Mit Amphalos Ab wann gibt es neue Quest Ab jetzt Würdest du einem Casual Player wie dir Da bedreiß ich auch empfehlen 84 Plus Pokémon zu pushen Ah 89% Das sind die dringste Selbst Casuals sollten 89% bekommen Sorry Leute So wie immer Abgestürzt Ich brauche echt einen neuen Ich brauche nur einen zum Streamen Und Spielen Ich brauche einen Gaming PC Wahrscheinlich Damit es nicht mehr so viele Probleme hier gibt Immer Aber ich hoffe wir sind wieder da Ich muss hier nur einmal Bildschirmaufnahme starten Dann auf die Musik warten Sind wir wieder am Start Leute Einmal hier refreshen Damit ich euch sehen kann Shiny Makurita confirmed Okay Check mal die News hier Shiny Mini Team Warte mal Kann ich das sehen Warte mal So Shiny Makurita Boxen Alles klar Alles klar Ich check mal hier bei Twitter Was da abgeht Shiny Makurita laut Twitter Okay By the way Erstes Mediti Shiny No job Let's go Also bist du ja Mediti Makurita laut wie Machodo Komm Shiny Machodo Oh Toad Ich muss mal die Shinies checken hier So was wird hier geschrieben Makurita und Mediti Shiny Ja das wissen wir schon Mal kommt Zapdos Für mich Donnerstag Ben Otto Was geht ab man 100er Shiny am Start Es gibt keine neue Spezialforschung Was für eine Spezialforschung Achso Ne Wieso Nichts ist Siliby und das dauert noch Es haben immer noch nicht alle Mew Shiny Makurita du schickst mir ein Bild Check man check So Schauen wir mal So Ich hoffe wir sind wieder da Ist wieder abgestürzt Tut mir leid Richtig leidend Richtig richtig leidend Aber ich hoffe wir sind direkt wieder am Start Muss nur wie immer Die Bildschirmaufnahme starten So wie du es nicht da Steht da Einmal Refreshen Einmal alle Refreshen Leute Live Grüner Bereich 4,5 Alles grün Alles grün Müsste hoffentlich passen Problem Es hat Das Video geteilt Richtig leidend Ich hasse es wenn es geteilt wird Toll Das dauert 2 Minuten Und das 16 Toll Stream Teil 3 Richtig unnötig Vor allem ein Teil dauert 2 Minuten 50 oder so Im Dorf sind 3 Storps Und keine Arena Im Grad ist von 2 Kilometern Leidend Du kennst dich nur von Instagram Ok perfekt Folg mir auf Instagram Versuch da mehr Follower zu bekommen Das sind aber gar nicht so viele Bekommen Es sind immer noch sehr viele Normalnose Wie sagt ihr Sind die neuen Shinies Eigentlich gar nicht Ich bin nicht so ein Shiny Fan So Shiny Medity Sehe ich Der sieht ganz cool aus Der sieht echt ganz cool aus Und Bam Shiny Bablu Oder auch nichts Abonniert ZuchtpullenTV Nein Abonniert Home Es sind 24 Leute im Dorf Haben 3 Stops und 2 Arenen Die wir uns aufteilen müssen Um Maximum zu holen Aber sind super Team Was wichtig ist in Pokémon Das freut mich Teamwork Shiny Medity 22.01 gefallen Glückwunsch Schauen wir mal was Was so geht morgen Beide Beide Shinies Anscheinend Ja Zwei neue Shinies Darum bewerte ich nichts Weil ich hier nicht brauche Ich bewerte nur Sachen Die ich brauche Sprich alles was ich noch nicht habe Ja eigentlich nur alles was ich nicht habe Ich habe schon 2-300er Bablu Zum Beispiel Abonniert ZuchtpullenTV Und home Beides Erdmänner Push die Jungs Auf jeden Fall Wo bin ich immer unterwegs Wenn dann eigentlich nur Pausing Das war's wohl Die Band ist am Start Würde ich für 10.000 Euro Mein Account löschen Direkt Aber du kannst es auch für 10.000 Euro kaufen Mag ich das Gerundium Ich schreibe morgen Englisch Ich habe keine Ahnung was das ist Ich habe zwar Englisch studiert Und bin eigentlich ziemlich gut in Englisch Aber ich habe keine Ahnung von Grammatik Das Lustige ist Später braucht man überhaupt keine Grammatik in Englisch Ich war in der Schule Bis zur 10. Klasse 11. Richtig schlecht in Englisch Immer 4 und 5 Richtig knapp an 5 vorbei Und 11. Klasse Hat man keine Grammatik mehr gebraucht Nur noch 1er 11. 12. 13. Und dann sogar Englisch studiert Also Grammatik echt überbewertet So So Sind wir wieder am Start Das Teil ist wieder abgestürzt Ich weiß echt nicht Wieso das immer abstürzt Ich habe keine Ahnung Ich brauche irgendwie Irgendeinen der das mal alles abcheckt Das liegt sicher an irgendwelchen Einstellungen Ich bin mir da Also richtig sicher Ziemlich sicher Ich habe bestimmt irgendwas auf zu hoch gedreht Oder nicht Nicht irgendwie richtig eingestellt Das ist immer Abstürzt hier Aber wir sind direkt wieder am Start Ich brauche halt nicht mal 30 Nicht mal 20 Sekunden Bis ich wieder da bin Aber Lama tut es halt trotzdem Vor allem ist es jetzt Teil 4 geworden Wie wird mein Moderator in dem Komm Shiny Medity Ich dich kenne Das heißt du musst mir irgendwie auf Instagram Oder Facebook Oder Twitter aufgefallen sein Oder hier Oder ich kenne dich halt echt In Realität Weil jetzt irgendein fremder Random Zuschauer Der fragt Kann ich Mod werden Der wird 100%ig Nicht Mod Ich freue mich auf die Levelerweiterung Auf jeden Fall Falls ich bis dahin nicht direkt wieder am Maxlevel bin Wo ist Facecam Facecam ist immer noch hier Wenn die Facecam nicht läuft Dann Refresh mal Shiny Makoto da Küsst du ja nicht Nein Nur Makuhita und Medity Hunderter Rap Dann entwickelt Okay Können wir Auch den neuen Song von Capital Bro Kann ich nicht Sonst Verdiene ich kein Geld An diesem Video Wenn ich die neuen Scheine saft Es geht Schauen wir mal Makuhita sieht echt nicht schlecht aus Ich habe keine Ahnung wie Harriyama aussehen wird Was ist jetzt das Shiny Makuhita und Medity Welche neuen Shinies gibt es jetzt Makuhita und Medity Snack Snacksy Was geht ab Ich weiß nicht Mach mal bis halb oder so Dann muss ich die Teile hier zusammenschneiden Und eigentlich pinnen für morgen arbeiten wir Für morgen arbeiten wir Willst du hunderter IV Stoßers pushen? Ja Ist das bestätigt die Shinys? Ja Kommt jemand aus Keine Ahnung Dann falsche Leute mit denen du raiden kannst Keine Ahnung Wunderter Medity natürlich nicht Shiny Okay Okay Nach heute wird bald Seeday Pokémon Hoffentlich nicht Weil es wäre ein ziemlich unnötiger Seeday wieder mal Es wäre ein ziemlich unnötiger Seeday wieder mal Es wäre ein ziemlich unnötiger Seeday wieder mal Ich hate Pukki nicht man Ich habe den noch nie gehatet Ich habe immer gesagt Auch wenn er keine Ahnung von Pokémon hat Er hat Ahnung wie man Klicks macht Und das Dafür hat er meinen Respekt Das habe ich immer gesagt Welche Pokémon können als Shinies kommen? Zu viele Also früher konnte man noch eine Liste machen Und alle nennen Aber jetzt kannst du nicht mehr alle nennen Es sind viel zu viele Heute erster Shiny gefangen Es war ein Kappel da Glückwunschmann Simon hat Fänge gemacht heute Krasser Typ Richtig krasser Typ So Instagram Was geht ab auf Instagram? Folgt mir auf Instagram So Was habe ich heute so gemacht? Das seht ihr im Video morgen Glaubst du Pukki wollte mich irgendwann mal? EP-technisch? Nein Es sei denn man kann mit Klicks Außer es gibt irgendwie einen EP-Sponsor Er kann irgendwie Klicks in EP umwandeln Ansonsten nicht Man kommt fest Sonntag Ja Sonntag Gibt es noch Shiny Kapador? Ja Gibt es Rauch bitte anmachen Nein Wir bleiben nicht mehr so lange online Du müsstest schon schlafen Ja Deswegen bleiben wir nicht mehr so lange online Es gibt Alle Shinies die gekommen sind Die gibt es für immer Es gibt keine zeitlich begrenzten Shinies Sprich es gibt noch Pikachu Es gibt noch Rein theoretisch gibt es auch noch Shiny Lugia Nur es gibt halt keine Lugia Rates mehr Sollen wir das Wetter-Icon angucken Wieso Ich werde immer Hochdeutsch Wie lange zog ich schon Pokémon GO seit Anfang an? Wie ich heute Abend noch? Nein Ich muss diese komischen Teile des Streams jetzt zusammen Schneiden und dann hochladen Und dann gehe ich pennen Es ist nass Ich grüß dich man Wenn dir Fahrt ist Klingt das als wärst du Österreicher Ich habe heute Ich habe heute Ach egal Hast du einen Account den ich dir geben kann? Nein Hast du einen Account den du mir geben kannst? Zeig mal 300 Pikachu Medaille Das ist jetzt ein Ausrufezeichen Ok Das ist jetzt ein Ausrufezeichen ok? Ok Das ist jetzt ein Ausrufezeichen ok? Ok was kann das? Schade, dass es keine neue Spezialforschung gibt. Ich habe auch nicht mit deiner neuen Spezialforschung gerechnet. Kann dein Haupt-Account haben zu verlosen? Gib her, Mann. Wann kommen neue Rates, Leggy? 8. Mai. Bei 28 Interesse wahrscheinlich eher nicht. Gibt es jetzt schon eine neue Scheine? Ja, sogar 2. Oh ja, der Totoda leidet doch nicht, Mann. Nee, ich bin keine Fotzer, aber du bist eine. Das nennt man nicht umholen, das nennt man seine Meinung sagen. Kann nichts dafür, dass du ein meinungsloser, wie nennt man das, Mitläufer bist. Hat man noch eine Chance, den Account zu haben? Ja, klar hat man noch eine Chance. Man hat immer eine Chance. Und zwar könnt ihr den Gewinn anschreiben und drum betteln. Dann müsst ihr nicht mehr mich anbetteln. Denkst du, die J4-Comica-Entwicklung? Keine Ahnung, Mann. Welchen Kumpel habe ich gerade ausgewählt? Brodon, ja genau. Brodon. Sind alle Arenen im grünen Flächen M2-Arenen? Nein, nur wenn die Mitte der Zelle im Park ist. Schwer zu erklären, aber muss man nachschauen, speziell auf Karten. Die Mitte der S2-Zelle muss im Park sein. Die Arena kann außerhalb der Gewinnfläche sein, solange der Mittelpunkt der Zelle im Park ist. Lieblingsstadt in Deutschland? München. Was sonst, Mann? Das ist eine dumme Frage, aber was muss man bei einer Arena machen, wegen X-Ray-Pass? Einfach nur bekämpfen? Nein, überhaupt nicht kämpfen. Raiden. Raiden musst du. Wann geht die Map wieder? Nie wieder. Kann man einen Zapter schon abholen, theoretisch, ja? Könntest du dir mir deinen zweiten Kumpel geben zur Verlosung? Einfach eine PN und dann schaue ich mir den mal an. Ich habe jetzt schon mehrere PNs bekommen. Kuki hat Ansage gegen mich gemacht. Das wäre saftig, Mann. Direkt paar neue, ein bisschen Fame abstauben. Aber ich habe gesehen, letztens hat er so eine Ansage gegen seinen Freund gemacht. Irgendwie so eine Fake-Ansage. Keine Ahnung. War richtig komisch. Fangen gehst du aus? Gar nicht, Mann. Was will ich ausgeben? Scheiß-Boxen? Ja, im Vergleich zu denen davor. Natürlich. Was gibt es als schillernde Pokémon? Mako-Hito und Mediti. In der Offenburg ist mit Pokémon Go. Wie viel würdest du von deinem Account wünschen? 2.000 Euro. Funktioniert das Stream mit der neuen DNS besser? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe keine Zeit für sowas gehabt. Warum hast du Angst, dass du dich die Map rausbekommen, wo du wohnst? Nein, überhaupt nicht. Das Thema hatten wir schon. Für wen juckt's? Wieso gehen die Nachrichten gerade so ab? Bis wir den langsamen Modus aktivieren in den letzten paar Minuten. Bis bald mal ein Galaxy-Event. Ich glaube nicht. Woher weiß ich das mit den neuen Chinese? Es nennt sich Social Media. Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. Folgt mir. Als nächstes kommt bei den Spezialforschungen. Seeliby als nächstes. Wann ist der nächste Nester-Change? Donnerstag. Den Hut, den ich aufhabe, gibt's den auch für männliche Charakter? Ja, den gibt's. Das ist der Zylinder. Den haben wir auch männliche. Aber den hier haben nicht männliche. Das ist mein Lieblingshut, eigentlich. Den hier. Den haben nicht männliche. Shiny ist fake? Ich glaube nicht. Wie lange stream ich noch? Ich wollte eigentlich aufhören, aber es kommen ja immer mehr Leute dazu. Aber bis 45 kann man schon noch streamen, auf jeden Fall. Was wird das neue CD-Pokémon Glumander? 87er Tunnel zu Metagross und ein 96er Graxel zu Brutalander entwickelt. Okay, man gönnt ihr. Was sind die besten Attacken für Draugran? Irgendwelche Legacy-Moves, die ich jetzt nicht mehr lernen kann. Was ist irgendwas mit Tanzaboot? Hallo, Jaha. Bei Tanzaboot ist die Sache mit seiner Adresse ja krass eskaliert. Ja, aber Tanzaboot hat auch mehr als 100.000 Abos. Ich bin noch nicht mehr als 100.000 Abos. X-Ray, du hast du bekommen, Glückwunschmann. Wann soll Zapdos in der Feldvorschung aus der Box kommen? Ab heute, wenn du alle Stempel sammelst. Also für alle, die nicht letztens Lavalers abgeholt haben, die können jetzt Zapdos abholen. Ich kann es erst Donnerstag wie immer abholen. Welche Map nutze ich? Die hier, die Nearby-Map. Wird ich ein bisschen deine Account pushen? Klar, gib mir 100 Euro. Das war übrigens Scherz, ich hab keine Lust deine Account zu pushen. Welche Chance kam jetzt raus? Makuito und Mediti. Mensch, mit Pokéball wäre das nice? Ne, überhaupt nicht. Richtig schöne, saftige Anzeige vor Nintendo wäre das dann. Mein Gott, was hat dieser 10 Minutes geil geschrieben? Schau mal. Fick dich mit Langsammodus? Alter, der Langsammodus ist nicht mehr aktiv, man. Und wenn, dann recht großzügig. Hast du hier? Oh, warte. Shiny is fake. Hä? Wieso flippt der Kerl so aus? Wegen dem Slow-Mode. Du kannst morgen Zapdos holen. Wie viel WP hat ein Hunderter? Moment. Ich hab da ein Foto. Wo ist denn das? Hunderter... Wo ist diese dumme Liste? Hier. Hunderter Zapdos? 14,27. 14,23 und 14,22,98. Bring Popsockets raus mit deinem Merch bitte. Alter, was denn Popsockets, man? Wie sieht das jetzt Google hier? Ah, okay. Ja, das war schon krass. Aber ich kann auch an, weil ich nicht 30 Minuten noch online bin. ... ... ... Fehlern kackt ab. Meins nicht, nein... ... ... ... ... ... ... ... für 10.000 Euro verkaufen, na klar, auch für 5.000, auch für 2.000. Das buchst mir vielleicht schlimm, ja, ein bisschen. Welche Kampf-Pokémon kann man fangen? Alle Kampf-Pokémon. Reald hat gewonnen, dann wird es ein paar leidende Leute geben. Ich sage, ich danke für dein Abo. Wie kann ich noch... Ja, das Event ist nicht so überklaß, dass alles zu Kampf-Pokémon wird. Es gibt immer noch normale Pokémon. Nils, danke für dein Abo, Mann. Wie viele Legendary Reds habe ich? 600. 612 oder sowas. Gibt es überhaupt baut häufig aus Eiern? Das ist eine gute Frage. Leo, danke für dein Abo. Wäre cool. Aber davon stand nichts in den Nachrichten. Wie lange braucht Bosland noch? Zwischen ein bisschen und für eben noch. Die sind nicht sehr weit. Und es gibt eigentlich nicht viel Hoffnung, dass sie es auch irgendwann machen werden. Ich schaffte es ein einzig, dass man bei Ingress nichts spufen kann, aber bei Pokémon Go. Ja, ich check das auch nicht. Pw Player, danke für dein Abo. Viele sagen, dass man, wenn man ein Kappa Dorate macht, die eine höhere Chance hat auf Shiny. Ja, das stimmt doch. Ah ja. Wir sind wieder abgestürzt. Zum letzten Mal. Wir verabschieden uns eh gleich. Das war's dann. So, Moment. Läuft das Schmarrn wieder? So, sind wir wieder da? Auf jeden Fall wollte ich sagen, wir machen eh gleich Schluss. Wieder abgestürzt. Ich bin jetzt nur hier, um mich nochmal zu verabschieden. Aber das war's dann. So, Musik muss ich auch nicht nochmal anmachen. Wie immer ihr könnt, in den letzten paar Minuten rein spammen, was ihr wollt. Danke fürs Vorbeischauen. Schauen wir mal, wie das Event so wird. So, irgendjemand muss irgendwas wegen Schule ausfallen lassen. Wegen Schule, X-Rate? Ja, es gibt Entschädigungen, aber das sind keine tollen Entschädigungen. Du kriegst zwei Rate-Pässe. Für deinen X-Rate-Pass. Gibt es Alternativen zu Bosnland? Nein. Kann ich dich grüßen? Ja, klar, Sean. Grüße dich. Alter, wie viele Teile hat der Scheiß-Stream jetzt? Sechs, sieben Teile? Nur wegen diesen ganzen Obstürzen. Ich hasse das, man. Okay, das war's, Leute. Danke fürs Vorbeischauen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen, wie es ab. Folg mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check die Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.